Angela Day Wofür sperrt man Angela ein? Warum soll sie beseitigt sein? Angela sagt als Kommunist Alle Macht dem Volk, das unten ist Denn da wo das Volk begreift Das besseres Leben nicht von oben kommt Und sich stark organisiert Ist es bald und wie nix ist passiert Wer hat denn Furcht vor Angela? Wer sieht im Volk denn die Gefahr? Wir reichen Schicht, die für ihr Geld Den kleinen Mann in Armut hält Verbrecher, die durch den Völkermord In Vietnam ihr Geld vermirren Haben Angst vor einem kleinen Mann Dass er sie von der Macht trennen kann Angela Day Gebt es in Gefahr Ihr Völker von Amerika Für euer Recht Den Kampf entfacht Mit Angela Dem Volk die Macht Mit Angela Dem Volk die Macht Mit Angela Dem Volk die Macht Mit Angela Dem Volk die Macht